die Leute was geht auf Problem startet mit einem neuen Video mit dabei ist Colin ich freu mich so hab voll Bock mit dabei ist Nils Hallo und zwar heute werden wir Gefängnisausbruch spielen also ja hier in Fortnite statt in GTA und Leute es geht los Nils und äh Colin sind die ja Ausbrecher und ich bin der Ausbrecher ja Ausbrecher man hat fünf Respawns und ja und das Ziel von den Ausbrechern ist das Lama zu klauen und dann ja äh jetzt bist du falsch reingelaufen ja dann magst du bis falsch reingelaufen so auf jeden Fall ich hab hier die Combat und die Pfanne also ich bin der mit Combat bin ich also hier geht na so na lieblings äh ja moin wo ist Nils ah dich mag ich nicht ich mag dich am meisten von den ja Verbrechern also ich geh mal auf Streife ja 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 hallo was machst du so Lieblingsgeschlafen was machst du so du behindert da ich gehe mal was ich mache ich hab' einen Schuss gehört aber ne SK habe ich wieder eingebildet und ich gehe weg ich hab' noch mehr Schuss gehört ihr rennt da hin da hin da hin da FBR Hopper die sind da ausgebrochen ich seh' sie nicht mehr Alarm Alarm ich guck' draußen hä hä wo sind die hä die ist die Tür auf oh oh ich hab' ne Tür gehört das ist wahrscheinlich neben mir ich guck' trotzdem draußen oh einer wo ist der andere hier draußen ne hier draußen ne hallo ich hab' das Lama ich hab' das Lama ich hab' das Lama nein ja er hat's Lama weil er hin geflogen ist es ist Lama hast du schon ins Lama Nils? ja hab ich ich nehme es auch noch mit ich stehe auch raus rum sie müssen das bei uns zuhause ab abliefern dann ist er gegen den Kämpfen er bewacht oh fuck ich hab die Tür kaputt geschossen weil ich brauche eine neue hin Nils müssen gegen ihn kämpfen er bewacht unser Haus oh ich seh nix so schuldig na wir sitzen die Held wir gefallen dir die Heldies mit dem Jungen oh fuck hab ihn jetzt bin ich zuhause jetzt rief alles zuhause ab schnell ich komme ich hab ich hab jetzt muss die mich noch äh 4 mal killen und dann habt ihr es gewonnen ja aber ich hab nur eine Chance die Tür da kommt Nils mit Hilfe ah jees ah jees mir hilft in der Fahrt so eine Waffe ankommen und ich hab es wieder ich hab es zu weh wieder ich kann es zurückbringen Nils schnell Nils komm warum ich seh ihn er darf nicht er darf sich zurückbringen nicht ist deswegen um es macht Platz ucher ich glaube ich muss aber so einbringen die und es ist drin jetzt und wenn uns ich habe nicht gefunden Ich guck mal, im Haushalt ist das nächste Lama. Aber wir machen, es gibt nur ein Lama. Okay, das hab ich halt gerade eh auf dem Rücken. Weil weißt du, es ist ja scheiße, wenn du auch eins hättest und dann ja, weißt du. Wo dropp ich mein Sin? Nils war schon direkt vor meiner Naht und hat mich nicht gesehen. Ja, einmal war das. War vorhin. Das ist mein Lama. Ja, da, 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 guck mal. Ja, da, da. Es ist irgendwas kaputt. Ich, komm nur rein, ich bin so fett. Hey, jetzt geht weg. Na, jetzt, komm, komm, komm. Nein! Hol das Lama, mein so, ist Lama. das ist ein bisschen sause aus dem hause schützt sich okay jetzt ausgebracht die komplexe das ist ich bin und jetzt ist es das geschützt kommt Maxi, das Juviel ist bei uns, ne? Ich dachte, er wäre tot gewesen. Nein! Oh, oh. Oh. Nein, ich habe den Fall stark geschossen, nein! Scheiße, noch drei Mal, komm, ich sag drei Mal. Ich muss das nicht, ich will Generationen Krieg. Kriegssuch. Hm. Jetzt komm schon, ich muss er helfen. Komm her. 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 Oh. Voll. Ab's Juwel. Nimm. Jawohl, Colin hat kein Respawn mehr. Jawohl. Jetzt nur noch Nils. Nils, komm. Nur noch Nils. Scheiße. Aber Dings, Colin, du darfst ihm jetzt keine Tipps mehr geben. Mhm. Ich bin jetzt still. Ich bin jetzt schon noch ein Respawn. Jetzt. Ich bin schon wieder gelassen. Ich bin jetzt so ein Ersten. Und jetzt... Es ist ja auch noch ein Respawn. du magst du ich hab ein Zuschauer schattet uns kommen aus Platz mit ich bin nicht bewegen Colin das schon die ersten Ausgleich nicht bewegen ich bin es nahe gelandet ich komme nicht bewegen schau 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 ich kann nicht bewegen ja 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 ok los langsiebend Okay, Leute, das war die erste Runde und ich habe gesehen, die hat echt lange gedauert. Deswegen war es das auch schon beim Video. Lasst ein Like, wenn ihr mehr davon wollt.